Hey, grüßt euch. Yeah. In meinem Leben ist gerade Montagmorgens und die ganze Woche fängt an. Ja. So, dann habe ich gedacht, Negativ OG und Sin Davis und Overshiat, no time. Fangen wir einfach mal an. Ja, so der Groove gefällt mir. Das ist ein geiler Groove. Das mag ich wirklich, weil das bringt mich in Bewegung. Also ich habe die Texte mal angeguckt. So, so. Ja. So. Kann nichts mit anfangen. Ganz einfach so irgendwie, ne. Und ich will mich da auch nicht rein bringen. Also sorry dafür. Ich glaube auch nicht, dass ihr jetzt die Texte studiert, wie das andere machen. Zum Beispiel bei Kollegah oder so, dass die da viel tiefer reingehen. Ja, dann noch was. Aber das sage ich gleich. Noch ein bisschen anfangen. Also erfreulich ist, auf jeden Fall, dass Thilo ihn nicht erschossen hat, so versehentlich. Das war ja das letzte Video, wo Thilo und er zusammen gemacht haben, wo der mit der Knarre Thilo rumgespielt hat, so. Und wer war das? Hat gesagt. Ja, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich habe es jetzt nicht gerade präsent. Oder ist es irgendwo? Ne. Das Fenster mal. Also als Tipp, ja, fand ich auch super nett. Und zwar so. Ja, ich lasse es jetzt ab und zu mal so laufen, mal so. Also der Unterschied wäre das. Er meinte, das zweite Fenster hier, hier das würde, seht ihr das überhaupt? Keine Ahnung. Das wäre, ähm, bräuchte es eigentlich nicht. Und ich sollte lieber das andere Fenster groß machen, so wie hier. Ja, deswegen möchte ich da jetzt einfach mal so ein bisschen hin und her. Das ist ja mal den Unterschied. Und ich mache da noch mal, ähm, Kommentare, mal so eine Umfrage. So, jetzt funktioniert das natürlich wieder nicht. Okay. Ja, wie gesagt, Groove ist gut. Wer ist jetzt gerade dran am Start? Ähm, das ist, glaube ich, immer noch negativ, OG, ja. Ich bin natürlich jetzt ein klein bisschen abgelenkt. Sorry, wegen hier Technik und so. Aber ich finde halt einfach diese Kamera da richtig geil, weil man da einfach, äh, ich irgendwie scheiße machen kann. So, ne. Ich finde das, ich finde das hat was. Also, ich finde es hat so. Klar, ich kann weiterhin da auch hin umschalten oder so oder darüber. Aber es geht halt so um die Totalansicht irgendwie, wenn das Video gezeigt wird. Das gefällt mir so, dieser Track, das ist Pre-Hook. Close-Up Baby. Hook, das ist die Hook, ja. Die ist, äh, irgendwie, vom Groove her gefällt die mir auf jeden Fall. All the rest in no time, man, der shit is crazy. Diamanten scheinen auf mir, alle Leute schauen zu mir. Diamanten krank wie Covid, Diamanten schlagen wie Basie. Zu viel Blender, Harpost, auch kein Tinder. Kann das nicht ändern. Schuhe vor mein Tüchter, wer ein, bin vor den Cars, ich hab die baddest Biss. Ist mir egal, was du noch sagst, warum stressst du nicht? Sim Davies? Ja. Ja, das ist Sim Davies, okay. Ja, das Video gefällt mir auch ganz gut. Ähm, äh, sieht so aus wie so, bäh, aus Versehen mit einer alten Kamera gemacht, aber, ähm, so die Effekte dazwischen rein und so, das, das gefällt mir ganz gut. Ähm, das ist gerade eben auch mit den Tonschuhern sowas. Ähm, ja. Also die zwei Stimmen, so die, ähm, sind schon sehr unterschiedlich, aber das passt ja gerade gut, das finde ich gerade gut, wenn die so, ja, nicht so das gleiche irgendwie sind. Ähm, ja, und da ist natürlich auch Auto-Tune dabei, klar, aber das ist ja auch eher, ich denke mal, das ist eher Trap, so, und, ähm, das gehört auch dazu. Ähm, ich trinke, ey, konnte ein Bier, nee, ich muss bisschen schön so... Oh mein Gott. Leute, also wenn ihr vorhabt, das zu nehmen, ich hab so, ähm, ich häng das jetzt mal, äh, hier oben hin, ähm, Arte Tracks, ja, da geht's drum um Yin Color und Lean und Oxi oder Benzos und, und das, das ganze Scheiße und das ist echt, äh, interessant. Ich hab das reacted so, ne, guckt euch das mal an. Wie gesagt, ich war, äh, bis ich 40 war, ziemlich drauf auf Heroin und, und, und Kokain und das. Ich habe auch, äh, Codein genommen und so, ne, das hat man dann so zum, äh, wo es noch kein Methadon gab, hat man halt oft so Codein genommen und so. Ja, nur dass ihr Bescheid wisst, ähm, äh, das ist sehr interessant vielleicht, ja, also wenn ihr euch so, mit sowas rumschlägt oder Gedanken dazu habt oder so, guckt euch das an, wirklich. Geht's nicht weiter bei mir, äh, close up, baby, ja, camel tour auf, hier, babies, zu viele Racks in no time, man, this shit is crazy, Diamanten scheinen auf mir, alle Leute schauen zu mir, Diamanten krank wie Covid, Diamanten schlagen wie Basie. Now fuck this shit over, boy. Ja, das zieht euch jetzt aus, hör auf, die Hose runter. Ich hab die Hose tief. Okay. Ja. Yes. Okay. Ja, egal. Ähm. Was soll ich sagen? Okay. Und auch, wie gesagt, so der Groove hat mir gefallen. Also, du, 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 du. Also, so, bringt mich auf jeden Fall in Bewegung. Das ist genau richtig für das Wochenende, äh, für die Woche, Wochenende, haha, schon fast wieder Wochenende, ne? Ja. Ähm. und wie gesagt, freut mich, dass ein Negativ OG noch lebt und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, alles was ihr euch wünscht und hey, macht's gut, tschüss